Dieses Video nutzen wir dazu, um ein Acronio Survival Kit zu erstellen, nachdem wir hier jetzt unser Backup erstellt haben. Wie ihr ein Backup erstellen könnt, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Schaut dazu einfach mal in die Infokarte. Hier unter meinem Backup habe ich jetzt die Möglichkeit, das Survival Kit zu erstellen. Ich klicke einfach mal drauf und klicke jetzt hier auf Erstellen. So, hier finde ich die Meldung ein bisschen komisch, dass das Laufwerk formatiert wird, weil ich gar nicht weiß, welches Laufwerk formatiert wird. Wir lassen uns mal überraschen und ich klicke mal auf Laufwerk formatieren. Wenn ich Pech habe, ist es das, wo das Backup auch drauf liegt. Da verstehe ich aber die Logik von Acronis nicht, dass die das jetzt... Ja doch, haben sie gemacht tatsächlich. Okay, also E ist gerade formatiert worden, wo eigentlich das Backup drauf liegen sollte. Also das ist ziemlich dämlich gemacht, würde ich sagen. Das heißt für euch aber im Umkehrschluss auch, wenn ihr das erstellt habt, entweder erstellt ihr das als erstes oder ihr müsst danach direkt ein Backup erstellen. Wir warten jetzt auf jeden Fall mal, bis Acronis das Ding erstellt hat. Können ja schon mal gucken, was er da drauf legt. Bisher habe ich noch nichts erkannt. Ah, da hat er was gemacht. Okay, also der formatiert tatsächlich das Laufwerk. Ich tue mal meinen zusätzlichen USB-Stick rausziehen, dass der nicht stört. Und ich habe hier jetzt E und G als Laufwerk. Ich bin mal gespannt, was er jetzt damit macht. So, das Survival-Kit ist fertig. Und tatsächlich, das ist jetzt immerhin clever, werden wir jetzt aufgefordert, das Backup zu starten. Das machen wir jetzt natürlich auch direkt. So, das Backup ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Und ich will natürlich noch sehen, was wir jetzt für einen Vorteil mit diesem Rescue-Kit hätten. Hier ist jetzt auch das Logo ein bisschen anders. Das heißt, er hat jetzt erkannt, dass wir hier ein Rescue-Kit haben. Hat jetzt halt zur Folge gehabt, die Erstellung, dass er erstmal alles gelöscht hat, was auf dem USB-Drive drauf war. Hier sehe ich jetzt mein Backup. Ist jetzt also hier mit 10,5 GB erstellt. Und ich würde jetzt einfach mal neu starten, weil ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt ein Boot-Medium erstellt haben. Also, nach dem Neustart sehen wir uns wieder. So, mit F12 bin ich jetzt mal in den Boot-Manager gegangen. Und hier versuche ich jetzt mal ein USB-Device auszuwählen. Mal schauen, ob wir jetzt unseren Stick angezeigt bekommen. Tatsächlich bekommen wir, und zwar Acronis To-Image. Hier kann ich jetzt mit 1 auswählen. Jetzt sind wir in diesem Behelfs-Betriebssystem drin, das halt auf dem Stick drauf ist. Sieht hier so ein bisschen aus wie ein Windows. Wird mich aber wundern, ist wahrscheinlich eher fake. Aber okay, wir können jetzt hier auf jeden Fall sogar ein Backup machen. Und wir können sogar Recoveren. Schauen wir mal, was unter Extras und Werkzeuge ist. Auch da ist ja auch einiges dabei. Start-Up Recovery Manager und Laufwerke lassen sich klonen. Alles interessant, aber am Ende wollen wir ja ein Recovery in der Regel machen. So, wie konnte ich jetzt also das Laufwerk finden, beziehungsweise das Backup? Das war gar nicht so einfach, denn ich muss hier, ich muss mal groß machen hier, irgendwie ist das ein bisschen umständlich. So, hier musste ich nach rechts gehen und auf nach Backup durchsuchen klicken. Und erst dann konnte ich hier auf dem USB-Stack das Backup hier finden. Und hier kann ich jetzt einfach einmal auf Recovery klicken. Und hier kann ich dann auswählen, wie die Herstellung ausgewählte Dateien und verzeichnet. Das heißt, wenn jetzt der Windows noch booten würde, könnte ich das machen. Wenn ich jetzt gar nicht mehr hochkomme mit Windows, dann müsste ich wahrscheinlich komplette Laufwerk und Volumes hier einmal auswählen. So, irgendwie der Mauszeigerspinnt hier in meiner VM. Deshalb gehen wir mal mit Tastatur weiter. Oder versuchen es zumindest. Genau, einmal auf Weiter. Ich habe jetzt nur ein Datum, weil ich nur ein Backup habe. Also muss ich das hier auswählen. Und hier kann ich jetzt alle meine Datenträger auswählen und könnte jetzt das Ganze recovern, wenn ich jetzt also quasi ein Problem mit meiner Windows-Installation hätte. Von daher finde ich das gelungen, also einfach einen USB-Stick erstellen, wo auch das Backup drauf sein kann. Ihr müsst halt nur daran denken, dass der ganze USB-Stick einmal formatiert wird. Bis zum nächsten Mal.